Ein Mensch, der nicht in der Lage ist, den Tod zu respektieren, ist auch nicht fähig, das Leben ernst zu nehmen. Der allererste Schnitt. Es scheint, als wären Nebel und Kälte zurückgekimmelt. Die Tore zum Reich der Geister öffnen sich. Ist das du, Martin? In welcher Woche sagst du bist du? In der Elf. Es kann nicht sein, du bist mindestens in der 25. In diesem Krankenhaus gehen sehr seltsame Dinge voran. Ist das oben? Ja. Er ist ja gar nicht tot. Stürmt ein Mensch in einer Vergiftung oder Tausende in einem Krieg? Der Mann im Mond zuckt nicht mal mit der Wimpern. Gloria, im Tabula, Vos Kinder. Seien Sie behind für das Wooten? Das Wöse. Das Wöse.